so willkommen zurück dieses mal spiele ich solo 100 da wieder und wir sind dran bei diesem cup. den nehmen wir und dann bleiben wir so wie wir sind starten wir mal und direkt mal wieder schön driften bin ich viel platz und das schaffen wir doch da wieder hier so ein schönes bonbon so was haben wir bekommen irgendetwas das kein mensch ahnen lässt so nach hinten und das ist noch vorne das war mal gerade so hüpfen so ich bin 2 da so alter 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 oh nein boah er fällt der noch da rein ich fast es nicht direkt mal hier vierte platz so jetzt muss ich hier voll stoff geben wieso schon dreimal hier so ein schießt mich weg schießt mich weg also das war knapp ich bin dritter okay wo ist denn hier wo bin ich denn wo haben wir den wunden noch eine runde habe ich bin noch zwei da ich könnte es noch schaffen ja gehört da ist ja junge ich bin vierter hier zack es ist ja richtig brutal hier jetzt bin ich immer noch vierter und da kommt schon der nächste ist klar das ist klar so zack so und dann hab auch das war zum schießen wieder verwechselt was habe ich jetzt hier stoff zack zack wuhu alter 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 zack war nur dritter verdammt das ist schon eine rasante sache hier gehen wir in die nächste runde zack zack wo bin ich schon wieder vierter und kein item bekommen dankeschön wer braucht schon items wer braucht schon items und da ist ein schneemann zack wusch so den darf ich jetzt mal nach hinten zack die klappe runtergefallen verdammt so wow jetzt habe ich hier etwas schönes jippie wow alter geht das hier ab ey das ist richtig total hier zack ach das war so einer ok ich krieg dich ich krieg dich oder auch nicht einfach zu schnell zack weg mit dir und vorbei so zudrunde jetzt muss ich nur noch meinen platz halten was natürlich hier bei dem spiel gar nicht so einfach ist wuhu 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 zack nach hinten damit wuhu 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 zack zack oh nö was soll denn das oh ist klar das ist klar das ist klar wo bin ich denn wuhu 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 zack zack hier rum wuhu 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 knappe Sache wieder hier nach hinten damit nach hinten damit so wuhu na 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 ganz simpel hier und ich bin erster auch es ist noch eine runde glaubt ja wohl nicht schauen wir mal dass wir hier platz weiterhin halten können durch den baum und dann jetzt wieder zum schlafen nein ich bin auch nicht noch das ist nicht euer ernst genau ist das ja genau das hat mir jetzt viel gebracht vor dem ziel hat er mich einfach überholen sagt weg damit auch nee da hat man das ding getroffen komm schon gibt mir ein gutes item nein das finde ich nicht da ist er nein vorm ziel nächste rennstrecke Warum kriege ich denn kein Putzstab mehr hin? Was ist denn das? Haha, getroffen. Das geschieht dir recht. Ich fahre rechts entlang. Und hier entlang? Oh, gerade so abgeschossen, das Ding. Oh, hat er mir das Item geschnappt? Ich glaube es ja nicht. Ey, ist mal gut. Darf ich auch nochmal was sammeln hier? So, zack. Ultra-Turbo. So. Zack. Zack. Oh, 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 oh. Ich bin wieder erster. Vorher erstmal. Nach hinten damit. Nach hinten damit. Oh. Hinten damit. Langsam. Gibt das hier einen, ne? Ja. Oh, links, rechts. Oh, Mauer. Oh. Alter, ist gut. Ey. Geh das an, diese kleinen Halunken. Zack. Äh? Äh? Ah. Okay. Da bin ich wieder. Oh je, oh je. Alles klar. Ob sie überstanden. So. Zack. Da sind wir, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir, sind wir. Oh, das ist noch nicht mal die letzte Runde. So. Hinten. Hinten. Der kleinen, engen Strecke hier ist das ganz gut. Da ist mir ein bisschen weg. So. Jetzt habe ich hier wieder. Wihi. Turbomäßig. Oh, was war das wieder? Ah. Wow. Ich will da was nach hinten werken gleich. Zack. Jui. So. Zack. Zack. Ohoho. Ah, Mist. Ey, die können doch nicht so nah an der Tram sein. Nach hinten damit. Komm schon. Ach, kein Item bekommen. Knapp vorbeigefahren hier. Zack. Ah, Isar. Komm schon. Ich krieg dich noch. Wihi. Ohoho. Ohoho. Zack. Nach hinten. Komm schon. Oh, da ist das Ziel. Nach hinten. Uh. Oh, der dritte von vier. Okay, ich bin momentan zroda. Uh, die Xen Strecke. Uh. Die Ditte. Sprichst du schön. warum auch immer liegt da einfach mal schön ist was oh mein gott wo muss ich denn hier alles klar alles klar vielen dank auf super kurven hier sollte das alter unglaublich hier so 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 kurve weg damit so weg damit oh falsche Knopf da kommen wieder die Ufos so Speed ich bin vierter nur jetzt weiß ich wenigstens wo ich bin lang muss nein warum ja verdammt ey ich hab doch was nach hinten geschossen das war unfair das war nicht fair das war absolut nicht schwer absolut nicht schwer jetzt immer noch nicht schwer alter ist das euer ernst das ist zu glauben hier oh o poi kunst ich hab nicht zu glauben hier Bad sie Was ist denn? Oh, Sitter. Oh, gibt noch eine Runde. So. Das werde ich doch niemals mehr aufholen. Niemals. Nie und nimmer. So. Ja. Ja, war ja klar wieder ein. Voll aus dem Konzept. Und für mich kein Item. Dankeschön. Ihr seid so. Großzügig. Ja. Hallo. Ach, komm schon. Nach vorne sind so viele Plätze und ich schaffe es nicht. Nein. Nicht geschafft. Aber es wurde da. geworden. Tada. Okay. Das war es dann wieder mit diesem Video. Und im nächsten gehen wir dann zum nächsten Cup über. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.